moin moin liebe leuchten herzlich willkommen zu einer weiteren folge von terraria und ja ich habe mir heute mal ein paar gäste eingeladen und zwar den leon style kommt da schon und den ich habe mir jetzt mal ein paar gäste mit eingeladen und zwar das weite material zusammenspielen es wird hier vielleicht auch öfters kommen dass wir halt zusammen zocken ganz optimal ist das noch nicht mit dem server sehe ich gerade so dann müssen wir für euch erstmal ein bisschen rüstung form war ich habe noch ein holzschwert für euch ich habe immer das damit etwas habt so was wollen man hätte eigentlich erledigen sag ich mal soll ich erst mal in eine gruppe gehen das ist ja gut welche farbe wollen wir grün sind wie meine haare gut dann können wir sehen wo wir sind also holz habe ich übrigens also ihr könnt hier ein bisschen die küsten herum schauen was wollte ich so stimmt die können ja jetzt mittlerweile auch reden miteinander ja zwar ich würde der folge versuchen also beziehungsweise in den folgen jetzt mehr häuser zu bauen einfach nur wegen dem center naja zu weihnachten kommt der weihnachtsmann als npc tja so müsste man mal gucken wie was macht wollen wir erstmal rohstoffe form unten oder ja ich bin schon unterwegs aber wir können erstmal ein bisschen was basteln wenn ich meine ärzte finde da wir gehen schon mal runter ich kann leider vielleicht fackeln mitbringen ja wartet mal wir können links oder rechts gehen da sind jeweils höhen aber ihr geht ja gerade da schon runter ja dann geht da runter sollst du einmal einer links einer rechts gehen ja ich nix so ähm fackeln ich habe kein gel doch gel hat nicht holz habe ich nicht habt ihr holz ja ja ich habe auch noch holz ja ich nehme welch eine schöne zahl ja ich mache auch noch fackeln schnell ach hat aber komplett gereicht ich komme nochmal mit runter ja gut ich muss mal schnell die einstürme ich sterbe nein nein fängt ja gut an ja ich habe es geschafft ja ja jetzt komme ich gerade gar nicht klar wartet mal kurz retro welte ich nicht kala so jetzt sieht es auch wieder normal aus äh ich komme jungs du kannst auch erscheinen naja das ist mir zu ich werde euch mal ein bisschen was geben also ich gebe dir mal das da ja ja und ja ja und kannst du dann halt die wände runter rutschen ja ich gehe mal mit dem leeren mit und du kriegst hier kriegst ein paar schuhe ja jawohl ich bin schneller ich brauche mich mal ein bisschen weiter runter übrigens meine fackel achso Tim brauchst du fackeln wenn du eine Klippe geben würdest du das reichen äh warte warte oh hier ist Kupfer boah krall so irgendwo hat sich ich lebe euch da hier runter pass auf das Ding habe ich schon zugebaut da sind 30 fackeln alles klar dann mach ich erst mal in die Werte ich wollte grad sagen da hinten sind schon hinten ist ne Höhle aber da warst du schon ja auch noch fackeln ich habe keine mehr äh warte komm oh geh mal geh mal hier unten da ist ne Höhle da können wir uns treffen oh hier ist Eisen ist Tanks ja das ist gut naja warte mal ja kann ich ich mach dir mal ein bisschen Licht hier oh hier haben wir Edelsteine die hole ich mir mal schnell da ist auch noch Eisen aber mit welchen mit welchen Spitzhacken dafür was die Edelsteine Edelsteine kannst du immer abbauen also egal mit welchen ja also das Gold also wenn wir Gold finden das würde ich aufheben wollen für ähm Gold Spitzhacken dass wir was besseres abbauen können dann wie viel brauchen wir denn da? ähm ich glaube zwölf also zwölf Bahnen das heißt zwölf mal vier kannst du dann ausrechnen also brauchen wir schon ein bisschen was vier? ja du brauchst vier Erze für einen wenn du jetzt hier kriegst ein paar Fackeln spring mal das heißt das heißt wir bräuchten für jeden 48 Erz und dann ja und leuchtet er ist nur jetzt ein bisschen verstreut leuchtet es er leuchtet es na nur hin weil es leuchtet arbeitesklave arbeitete er arbeitete sogar das leuchtende haben das ist bloß ein kraut glänzt über uns das eisen ja wollte ich mir gerade wir können ja auch die höhlen die hier unten machen können wir dann halt nutzen für lager und so das hatte ich schon ja letzten folgen schon erwähnt ich mach mal nicht hier guck mal die holz rüstung zu machen bringt eigentlich so nicht ich würde die holz ressourcen lieber aufsparen warte mal wo waren die wüste die wüste ist wenn du da habe ich alles abgebaut ansonsten macht ihr eine holz rüstung wir haben ja eigentlich holz genug in der gegend also bäume wenn du magst ja aber die bäume wenn du die anpflanzt halt immer in einem bestimmten abstand machen ja ich glaube der abstand zwischen allen war immer vier ich mache aber immer fünfe aus dem sicherheitsabgrund das ist das wasser ich mach dir licht junge dass du schon kisten das was gefunden ja sind auch in den kisten mit drin leuchtstäbe noch nicht ich habe spelunkastäbe aber die würde ich nicht nutzen weil die würde ich ja später nutzen wollen wenn wir tiefer sind was will das gelbe auge bei mir warum macht das so viel schaden wir sind im expert mode ja die kohle immer im sparschwein ja das steht auf der rechten seite im haus das würde ich immer speichern aus dem einfachen grund weil wenn du stirbst kriegst du weniger geld aber ich muss mal mein geld ach so da kommt ein slime zu dir mir also äh ne äh ptk ja so ich glaube ich habe einen guten weg nach unten gefunden da oben als eisen das ist eigentlich auch eine möglichkeit sich ähm welche koordinaten anzeigen zu lassen äh koordinaten äh ich guck gibt es das überhaupt nicht kompass glaube ich ich glaube nicht ach so ja äh da brauchst du halt kompass und so deswegen brauche ich halt einen profi hier ich habe ein crystal hart gefunden nein ich will klar ja na ich denke ja der der im nahkampf gehen soll das würde ich zuerst haben oder ja wir müssen alle sowieso erstmal sammeln ich hoffe das ei auf kuttelhub kommt nicht früher ach ja schau weil das ist porno sage ich immer im expertenmod das tut weh wir mindestens eisen haben wir ja und die amelik steps und so weiter mhm also ich bring es erstmal mit weil ich habe schon 140 jetzt müsst ihr erstmal was bekommen ist das ist das nicht so dass das er hat noch eine bestimmte äh anzahl von npcs in deinem haus und das war ja kuddelhub äh das wüsste ich jetzt gerade gar nicht aber ich denke mal nicht ich glaube das war auch irgendwie so eine spawnbedingung ach ich habe schon present bekommen aber das kann man bloß platzieren ne das kann man platzieren oder öffnen mit rechtsklick ach gut aber das sind dann meist so eine ähm rot-weißen oder grün-weißen diagonal ich habe schon gesehen ich schaue mich mal wo das wieder reinkommt weil er alles zugemacht hat und ausgelöscht war wir könnten wir könnten ja einfach so ein kleines häuschen machen für jetzt so weihnachtliche ausleckt ja das mit dem server müsste man nochmal gucken dass wir den vielleicht ein bisschen höher kriegen da und 30 leben 30 zu viel ok ich bin nur eins ja also expert modus ein bisschen schwerer ne wenn ich den hole pack lass ich so ein Stück nach vorne das ist nicht schön ja da ist er tot und er kommt der leeren äh er war überhaupt nicht zu bekommen da unten ist die monite ja das können wir erst nur mit gold abbauen gucken auf der karte wo ist denn der tim ach da ist er ja mit einer holzrüstung ich bin nicht gelandet jetzt oh scheiße ähm da 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 also gut ich hab bisschen was oh gott macht das viel sogar den schaden hat der jellyfish ein paar löschstäbe getroppt ja öff da mal hinten ein also es sind nur zwei jetzt so haben mal nicht hier öffnen warte mal bevor ich das öffne bam 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 so bauen wir mal fröhlich ab hier ich bin jetzt noch nicht für den grabenstein ja jetzt hab ich die Fackel abgebaut du willst auch noch nicht den Baum als geht zum bisschen bei mir spawnen hm du willst auch noch in den grün gebrauchen die beiden spawnen dann sieht eigentlich alles schön aus Grund dafür gibt's gar nichts also meinst du jetzt die Glühwöhmchen oder ne direkt ein Zollbis hat nicht mehr gespawnt obwohl ich eigentlich alles von oben zugemacht habe und äh wenn du ein Stückchen aus der äh das sozusagen äh aus dem Renderbereich ist dann kann's passieren ich mach mal hier licht ich mach mal hier licht ich mach mal hier licht damit man das sieht hohohohoho was hast du denn jetzt gemacht ich hab's jetzt gerade gesehen ich hab die Karte geguckt hab wär's fast versoffen oder äh vielleicht oder das sagt alles wäre wäre möglich wäre möglich wenn nicht wäre ähm das Zeug was du schon entdeckt das sehe ich auf meiner Karte nicht ne äh das ist äh alles für äh Charakter pro Charakter hm ok ja also ich hab nur noch nicht viel erkundet sag ich mal so da ist eh bloß ein Focke von dem das sagt schon alle alles also ich hab bis jetzt äh acht äh Todwasser würd grad amethisten sagen acht Todwasser 15 braucht man für den Hook hier ist ne kleine Höhle eine wirklich kleine Höhle ich hab ein Life Crystal gefunden ja ja also hab ich den von Tim jetzt schön und ich hab noch Present da hinten ist auch noch mal ne oh leider kannst du mir den ja jetzt snacken ne kann da eigentlich irgendwas kannst du nutzen irgendwas cooles raus trocken aus dem Presence äh ich bin mir jetzt nicht genau sicher also nur Blöcke wesentlich oh nein da ist der da ist das wo ich gestorben bin da ist nämlich so ein komischer Ball Ball? so ne äh so ne Falle so ne Falle drauf ja ich bin die Falle nicht das ist das ja ja das so ne ich bin die die Vielen Dank.